So, Hallihallo, Löcher mit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir befinden uns heute auf dem neuen Frankreich, die Ilse Vive la France und werden heute eine kleine Fahrt unternehmen hier von Paris aus und werden uns mal ein bisschen hier die neue Karte anschauen, also die neuen Kartenabschnitte und das können wir uns ja gerade mal anschauen, also wir fahren hier in dem nördlichen Teil von Paris los hier war unsere Firma, also wir haben auch ein neu ausgebautes Zentrum von Paris und neu dazugekommen ist im Prinzip jetzt hier dieser Teil von Frankreich also gerade Grenzgebiete, die schon vorhanden waren, in der alten ETS-Karte wurden, stellen wir es neu gebaut also Paris war ja auch schon vorhanden, nur halt eben nicht in dieser Form und ja, genau, die wurde so ein bisschen aufpoliert, also Paris wurde sehr stark aufpoliert ja, genau, auf jeden Fall haben wir viele, viele schöne neue Stadtgebiete sieht man auch hier, vielleicht wenn man seine alte ETS-Karte mal aufmacht, dann sieht man so ein paar graue Bereiche wo man eigentlich schon war auf jeden Fall fahren wir jetzt hier halt eben von dort so ein bisschen über Überland ein bisschen über Autobahn und ich würde sagen Auftrag habe ich schon mal angenommen wie wir so einen kleinen schönen Teil hat uns mal anschauen können im Gang einmal rein, dann ziehen wir gerade mal los also da fahren wir wieder mit dem neuen Actros ist er so ein bisschen unser Singleplayer-Lkw geworden also Multiplayer versuche ich immer so ein bisschen durchzuwechseln, was Lkws angeht und hier haben wir unseren guten, na gut, alter Actros ist das nicht das ist der neue Actros, aber unseren schönen Actros, den haben wir hier nochmal und schauen uns heute eben mal an, was die neue Karte alles so hergibt also hier sind wir eben losgefahren und jetzt geht es eben einmal raus hier, da dürft ihr euch freuen sollen, genau in die neuen Kreisverkehre und man sieht dann auch schon, dass eben das Gestaltungsniveau der Karte also ich musste erstmal nach Paris fahren, weil ich da eben keine Garage habe hat man schon mal gesehen, dass das Gestaltungsniveau der Karte echt wirklich um einiges wieder gesteigert worden ist das merkt man auch generell so bei SIS, finde ich dass, ähm, je neuer halt eben die Kartenabschnitte werden das war auch bei Skandinavien schon so dass die echt immer schöner und immer liebevoller und detailvoller eben gestaltet wurden und auch vor allem die Straßenzüge sind eben nicht nur so ganz normal ja, hier bauen die Straßen, Rechts, Links, Kreuz und Fertig sondern riesengroße Kreisverkehre und sowas wie wir sie auch schon, glaube ich, in Oslo oder sowas hatten die sind jetzt hier auch eben wieder verbaut worden und das finde ich echt schön also wenn wir so mal ein bisschen hier in der Gegend rumgeschaut das ist jetzt eben auch schon ein komplett neuer Kartenbereich die Straßenzüge und hier kennen wir ja auch schon von Skandinavien also von der Gestaltung her, wie gesagt gebe ich hier halt mal so einen klitzekleinen Einblick, was wir hier denn so haben deswegen glaube ich, da fahren wir auch ein bisschen mal bei Tag oder sowas und vielleicht eine kleinere Stadt vielleicht und dann haben wir jetzt einen Güterbahnhof den wir da haben und wir haben jetzt auch eben noch einen neuen Fährenübergang soweit ich es gesehen habe eben nach Großbritannien das ist wie gesagt eben so der neue Teil der Karte eben alles, was so ein bisschen Westen Frankreichs liegt also Frankreich wurde jetzt halt eben komplett ausgebaut das war ja vorher nicht so hat es da mittendrin aufgehört und das ist halt eben Inhalt eben dieses neuen Frankreich-DLCs also ich kann mal ganz kurz vorlesen, wenn ich das denn lesen kann nebenher also boah, ich sehe das recht schlecht egal, also wir haben über 20 neue Städte und Dörfer also eben große Städte kleine Städte, neue Dörfer und sowas also von aller Größe vielleicht was ein bisschen und was haben wir denn noch schauen wir mal ganz kurz also über 20 Stunden neue Spielzeit haben wir jetzt insgesamt auf den neuen Streckenabschnitten dann haben wir viele, viele neue Industrien- und Lieferterminals also die Firmen sind auch nicht mehr die alten, die da waren also IK, der Ikea abklatscht der hat jetzt auch hier eben Einzug erhalten und es gibt auch einige neue Firmen, wie wir eben gerade losgefahren sind die es so eben noch nicht gegeben hat und was haben wir denn noch schön ist natürlich dieses abwechslungsreiches Straßennetz und typische französische Landschaft mit vielen liebevollen Details und da kann ich euch auch eigentlich mal den Trailer ans Herz legen das finde ich echt gut gelungen das sind so knapp über 2 Minuten kann man sich echt mal anschauen das sieht man dann auch eben auf Steam wenn man sich das eben anschaut da ist der Trailer auch eingebunden und ich muss sagen, der gefällt mir echt gut also das kann man sich echt mal anschauen und wie gesagt, das ist jetzt eben ein Costume-Flieger-Ski von Ashi Eschhoftware das es eben über Steam dazu gibt natürlich, weil das Hauptspiel TS2 benötigt das muss man manchmal dazu sagen und wir können jetzt auch hier eben die Innenstädte befahren also die Innenstädte sind stellweise ein bisschen größer angelegt das war ja in diesen ganzen älteren Städten noch nicht unbedingt der Fall jetzt haben wir hier wirklich wie wir gesehen haben auch Paris erstreckt sich über mehrere Ingame-Stunden Fahrzeit und somit hat man dann doch ein bisschen mehr Variation an der Stelle das finde ich auch ganz schön dass man ein bisschen in die Städte rein kann dass die wesentlich großzügiger geworden sind und auch ein bisschen mehr Fokus eben auf die Städte an sich gelegt worden ist was man da auch finde ich so ein bisschen im ATS gesehen hat da kam es auch dazu dass man jetzt viel mehr in die Städte reinfahren kann und das hat sich hier so ein bisschen durchgezogen das finde ich die Richtung in die die Entwicklung so Map-mäßig geht finde ich echt klasse und dass so ein doch recht altes Spiel wie der ATS überhaupt noch DLCs bekommen das gefällt mir auch was wir auch noch haben was im Trailer ganz schön rauskommt was ich jetzt hier noch nicht äh doch gesehen schon ein bisschen aber was auch gar nicht auf der Feature-Liste steht ist dass ähm wir neue Vegetationen haben also gerade so die Wälder im Bereich von Landstraßen da haben wir jetzt eben neue Vegetationen die wir dort ähm haben wir so neue Bäume und sowas das fällt jetzt hier auf der Autobahn vielleicht nicht unbedingt auf aber finde ich echt klasse wie gesagt den Trailer lege ich euch an der Stelle ans Herz was haben wir auch sogar drei Spuren äh richtiger Luxus hier dafür ist gar nicht so viel los der Kollege ist auch gemerkt von dem her ich ja also dann tuckern wir hier mal ganz schön gemütlich einmal durch das neue Frankreich gibt es euch noch irgendwas zu erzählen das ist das Cover ganz schön geworden mir gefällt das Cover eigentlich ja aber ansonsten muss ich sagen wirklich ganz schön und ich weiß nicht was denn so alles auf uns wartet das sehen wir eigentlich hier ich bin ja schon mal so eine kleine Offscreen-Fahrt eben nach Paris gefahren damit wir von dort eben einen Auftrag annehmen können und jetzt auch viele schöne Viaduct und Tunnelsysteme wir jetzt ja auch wieder neues haben das gab es so auch noch nicht also gerade auch im Stadtbereich Paris gibt es denke ich ganz viel zu entdecken so wie habe ich noch gar nicht sehen können weil ich mir gedacht habe so die gut die alle ersten Eindrücke nicht aber eben die zweiten Eindrücke die teile ich mir dann noch ein bisschen mit euch ich denke ich gar nicht verkehrt genau und vor allem was auch im Channel nochmal ganz schön rauskam das waren so die ganz kleinen Dörfer da hat man dann so ganz enge Stellen wo wirklich immer nur eine Einrichtung vorbeikommt und sowas finde ich halt echt klasse das sind nicht immer so ganz große Autobahnen fährst sondern wir haben auch wieder wie in Skandinavien viele kleine schöne enge langen Straßen was eben so ein bisschen von diesen mehr oder weniger eintönigen Autobahn fahren wegkommt was eigentlich heißt dass das nicht Spaß bringt es gibt ja viele Leute die da drauf schwören die gerne Autobahn fahren ist Entspannung pur für die aber ich fahre eben auch gerne also ich fahre sehr gerne Landstraße deswegen ist mir vielleicht schon mal aufgefallen dass wir eben Multiplayer das eine oder andere Mal die etwas längere Route über die Landstraße nehmen weil ich das eigentlich ganz schön finde und mal ein bisschen Karte nehmen aufdecken kann das ist ja auch nicht verkehrt so sozusagen glaube ich schauen dass wir nicht abfahren aber ich glaube da kommt eine extra Spur schauen mal ob das mit der Bestellung jetzt besser geworden ist ja genau wunderbar so müssen sich jetzt hier drei Pfeile geradeaus und eine nach rechts raus stimmt so weit auch das war ja auch in den älteren Kartenbereichen ist das leider immer noch nicht so aber hier in den Neuen wurde es drauf geachtet dass die Ausfahrten nicht mehr so plötzlich da eine Spur weg geht sowas macht ihr da vorne hier fahrt ein bisschen Budget ja gut das kann ich verstehen ist ja vollkommen in Ordnung ne wir müssen auch gar nicht so schnell fahren wir dürfen ja generell auch nicht so schnell fahren wie ich jetzt fahre aber wie viele haben wir denn noch vor uns jo ungefähr vier Stunden Ingamefahrzei dass wir so ein bisschen jetzt mal in einer Folge was gesehen haben hier rechts auch schöne neue Dekoobjekte also auch viele so Sehenswürdigkeiten wie Burgen oder sowas wurden hinzugefügt also mir gefällt das echt gut mir gefällt das und natürlich auch Frankreich typisch eben Maut auf den Autobahn äh Autobahnstraßen ja schwer Maut auf die Autobahnstraße und da haben wir jetzt hier nämlich guck mal wo für den Kollegen vor uns sind ja entscheide dich naja fahren wir mal hinterher das sollte eigentlich funktionieren hier haben wir jetzt nämlich wieder ein Autopasssystem wo wir einfach durchfahren können Anfang der Mautstrecke ah ok einfach einmal hier durchfahren das ist nämlich wie in Skandinavien oben auch wo wir eben einmal durchfahren können eigentlich mit der Mindestgeschwindigkeit glaube ich von also eine Richtgeschwindigkeit von 30 kmh die wir da durchfahren sollten habe jetzt Angst gehabt dass die Schranke nochmal zugeht weil der da vor uns gerade durchgefahren ist aber gut hätte ganz gut funktioniert so jetzt müssen wir einmal hier raus in Richtung Bordeaux gut so ein bisschen kleineres Kaffers als Ansteuern das werden wir wahrscheinlich erst ein bisschen später noch auf der Karte sehen noch hier wieder ein bisschen ein größeres Autobahnkreuz nicht eben nur so die Standardansicht oh schön mit Brücke hier das gefällt mir auch ich muss noch runter gucken ja schön also mit dem S-Eingrott fällt mir echt gut vor allem auch die Straßentexturen die Zähne übernommen worden sind die gefallen mir echt unglaublich gut da war ich schon generell so ein Fan davon und zieht auch rechts die neue Vegetation teilweise wobei man natürlich echt in diesen Wäldern durch die man durchfährt noch wesentlich besser sieht deswegen hoffe ich mal dass wir vielleicht in den nächsten paar Völkchen die wir vielleicht noch drehen werden dass wir da auch mal ein bisschen was davon sehen von den kleinen Wäldern ich glaube wir können aber einmal rüber wir haben mal genau die Spur bleibt das heißt wir wechseln da einmal rüber wir werden mal schauen oh das dürfte ein TGW sein das ist glaube ich ein TGW den kenne ich noch vom Carsten ach schön so und hier haben wir jetzt die Autobahnabschnitte aber auch schön ein bisschen landschaftlich da links mit den Feldern rechts mit dem Wald ich denke das kann man sich einfach mal so wirken lassen ich wollte gerade sagen die Musik ist so leise aber jetzt kommt es im Hintergrund wieder ein bisschen hervor so hier werden wir was abfahren Richtung Le Mans und Toulouse und Bordeaux geht gerade aus guten Speed Kameras haben wir da vorne auch das heißt ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer fahren ich weiß es nicht realistisch so schnell zu fahren deswegen fahren wir vielleicht mal ein bisschen gemütlicher so achso wir haben jetzt wahrscheinlich die Mautabfahrt also die Mautstation haben wir dann bei den Abfahrten wie es hier aussieht dass wir hier im Prinzip einmal durchfahren können wenn wir denn einmal schon auf Autobahngeschwindigkeit sind genau müssen eben noch ein kleines bisschen unterwegs einparken müssen wir auch noch wird immer wieder lustig so was wir nämlich auch noch haben was ich auch ganz cool finde was nämlich auch im Zuge des neuen ETS Grundspiel Updates gekommen ist ist nämlich achso langsam fahren Autos da vorne ne was wir auch noch bekommen haben ist jetzt die Ansicht der Repaints also man kann jetzt schauen oder generell wenn man jetzt sein LKW upgradet an der Werkstatt oder sowas da sieht man dann sofort zu welchem DLC oder wenn dann der Aufrüstgegenstand in einem DLC ist sieht man auch sofort zu welchem er gehört also was gerade finde ich bei Repaint sinnvoll ist wenn man mit dem Multiplayer fährt und eben möchte dass all das Repaint sehen dann kann man dann sehen okay dieses Repaint ist nicht Standardinhalt sondern gehört zu diesem kleinen Symbolchen hier sieht man dann okay das ist das Repaint Pack keine Ahnung Repaint Pack Schweden oder sowas in der Art Swedish Paint Jobs oder sowas in der Art damit man das dann im Prinzip so identifizieren kann und auch eben bei dem Interior Accessoires Zeug sieht man das ganz gut und dieses Repaint was ich jetzt heute fahre das ist halt eben Bestandteil von Vive la France damit man hier nochmal ein bisschen mit mehr oder weniger passenden Repaints einmal durchfahren kann genau so bin ich auch darauf aufmerksam geworden dass wir hier nämlich auf unserem Repaint da die Frankreich Flagge drauf haben und eben so ein kleines Symbol davor das ist allerdings wie gesagt nicht also das Repaint ist Teil des DLCs allerdings diese Features die sind eben auch Teil der Hauptspiel-Updates die jetzt eben gekommen sind machen wir das nächste Lied das hört sich ein bisschen komisch an ein bisschen ganz gemütlich im Hintergrund nicht sowas penetrantes irgendwie schön gemütlich ein bisschen rechts gucken können ein bisschen links gucken können so wie ich mir das gedacht habe so arg viel schneller zu 100 fahren wir jetzt mal nicht das ist glaube ich eine ganz gute Idee so wie gesagt das DLC gibt es jetzt ab heute auf Steam ging heute Nachmittag glaube ich für lassen mich raten und nicht lügen ich glaube 17,99 also in Euro andere Währungen natürlich ein bisschen anders ja und genau also das ist wie gesagt einmal über Steam hier gibt es auch eine Box-Version eben von Astragon dann gepublished bei denen ich mich überhaupt nochmal bedanke hier für die Version die ich hier gerade testen durfte vielen Dank an der Stelle genau also wie gesagt über Astragon das Ganze dann gepublished aber schön hier das sage ich nicht wegen Höhe bin ich hier voll Geld geil und abgehoben und so ich sage das weil ich Geld bekomme nein Quatsch ich finde es echt schön hier das kennt ihr auch schon von früher so NTS-Landschaftszüge können echt schön sein nein Landschaftszüge müssen nicht zwangsläufig auf Schienen fahren das impliziert das nicht dass das Züge sind so fahren noch mal ein paar mehr Autos rumfahren schauen wir mal ganz kurz hier ist die Abfahrt in Richtung Saint Laurent und gerade aus genau steht unser Ziel dort auch schon angeschildert so muss es sein aber ich glaube ich ziehe mal ganz kurz vorbei damit wir halbwegs pünktlich zum folgenden Ende vielleicht dann auch unsere Fracht abgeliefert haben so tanken sollten wir auch langsam mal so ungefähr sagt mein Tankfüllstand dass ich mal ein bisschen drauf achten sollte so sind wir denn vorbei ja wir sind vorbei so dann hätten wir nochmal eine Raststätte Abfahrt die könnten wir uns auch mal anschauen aber ja bis zum Ziel reicht es gerade noch so mehr oder weniger wenn auch weniger als mehr aber danach vielleicht ist es immer mal günstiger also wir haben auch einen kleinen Flugzeug da oben wenn man das noch sieht ohne einen 50k Monitor ich weiß es ja nicht ja schon du fährst viel zu schnell ja das stimmt ich fahre ein bisschen zu schnell jo noch einmal geradeaus und dann denke ich dürfen wir uns langsam schon dem Ziel nähern genau noch ungefähr eine Ingame Stunde die ist ja immer ungefähr berechnet auf 60kmh glaube ich dafür haben wir uns ein bisschen drüber deswegen passt das nämlich ganz gut und dann schauen wir vielleicht auch mal dass wir dann das nächste Mal von dort aus losfahren und vielleicht ein bisschen weiter in den Westen Frankreichs fahren weil auch viel ist noch mal vielleicht so ein paar kleinere Sträßchen und kleinere Städtchen beziehungsweise kleine Dörfer abfrühstücken wo wir dann ein bisschen mehr Landstraße vielleicht zu Gesicht bekommen das finde ich für eine gute Idee das machen wir so dass wir die nächsten Tage vielleicht zusätzlich zu den Multiplayer-Folgen die auch da noch kommen dass wir dann vielleicht nochmal die eine oder andere Folge hier ein bisschen verbringen damit ihr seht was euch denn so dort erwartet ne und erfahrungsgemäß so werden ja auch die ganzen DLCs mit der Zeit immer mal einiges günstiger also wenn ihr meint ja ist ja ganz schön und gut aber nicht mehr noch ein bisschen zu teuer auch für 20 Stunden neue Spielspaß im Prinzip ist mir noch ein bisschen zu teuer dann ist es erfahrungsgemäß so dass gerade in den ganzen Sales wenn die genau wenn die DLCs schon ein bisschen draußen sind dass das dann meistens wirklich um einiges günstiger dann angeboten wird meine Damen und Herren genau so ich glaube da müssen wir abfahren genau vielleicht ein bisschen früher bringen das nächste Mal aber das wäre professionell so machen wir einmal hier den Schlenker transportiert Holz da vorne ich weiß gar nicht welches Licht ich da denken muss ich habe keine Ahnung und noch recht für Renault hier eben rumfahren typisch Frankreich genau so dann schauen wir ach nee ist ja nur eine Kurve brauchen wir gar nicht blinken ist ja gar keine Kreuzung so genau da vorne haben wir jetzt eben bei der Ausfahrt aus der Autogand haben wir uns unsere Maut zu bezahlen wie das hier eben so üblich ist dann sehen wir auch schon unsere Firma eingezeichnet dort drüben irgendwo bis da da sind kann es auch noch mal ein bisschen gehen sie ein bisschen durchschlängeln und mal gucken da kommt auch keiner sonst hätte ich mich gerne reingelassen hier ist nämlich ein bisschen sehr eng müssen wir jetzt hier überall anhalten oder können wir auch irgendwo durchfahren also da ist zu und hier ist hier ist durchfahren ich glaube hier ist durchfahren da wo kein Symbol ist aber offen danke danke gut das war jetzt nicht ganz der Zweck dieser Schranke aber gut fährt der dann auch einfach so durch und dann die Schranke ein bisschen schneller oben okay dass sie mir wieder zugehen muss die Schranke naja gut müssen wir uns nächstes mal ein bisschen schneller durchdringeln so da fährt hier rauch oh diese schönen kleinen süßen Kreisverkehr das gefällt mir also das finde ich süß Kreisverkehr die March dann fahren wir bis zur Werkstatt vorbei wobei kaputt gefahren haben wir ja nicht rechts sind noch Teile der neuen Vegetation eben für die die ein bisschen gerne ein Augenmerk drauf richten wollen aber ich denke ein großer sieht man sowieso so dann fahren wir einmal hier durch hui dann schauen wir dass wir noch mehr oder weniger adäquat eingeparkt bekommen so zoomen wir gerade mal vielleicht auf so wenn man ein bisschen besser sieht wo wir denn einmal abliefern müssen wahrscheinlich gerade einmal geradeaus rein ja das sieht gut aus so einmal Fracht wir sind da dann schauen wir mal ganz kurz also Anlieferung ja komm machen wir so oder machen wir mal so ein bisschen schneller wir haben nicht mehr ja gut wir haben noch ein bisschen wir haben noch ein bisschen Zeit das kriegen wir hin sieht auch nicht so schwierig aus als wenn ich ehrlich bin also für 90 EP das ist eigentlich ja es ist machbar so dann fahren wir einmal hier so rum ja überspringen wir aber es jetzt nicht also jetzt haben wir es schon einmal angenommen jetzt ziehen wir das auch durch sehr stellen wir uns einmal halbwegs gerade dahin Blick aus dem Fenster und dann setzen wir einmal zurück naja das geht ja eigentlich so ja einigermaßen glatt das lübt immer schön den Kopf aus dem Fenster gestreckt bisschen Fahrtwind geatmet so und dann würde ich sagen stehen wir doch halbwegs sauber da drin 3 2 1 jetzt so einmal entkuppeln bitte Haupfliegerstützfüße werden ausgefahren absatteln und Kleidung geliefert 300 km 4,5 Stunden hat passt ausgezeichnet und ich würde sagen genau das war es jetzt hier einmal für die Folge wir gehen gerade noch ganz kurz nach außen vielleicht und dann bis unseren Chuck einmal sehen können da würde ich sagen war es das einmal für diesen kleinen Einblick hier vielen Dank nochmal an Astrogon an der Stelle und genau wie gesagt für 17.90 auf Steam und für glaube ich ein paar Euro weniger für 15.99 oder so wenn ihr wollt gibt es auch auf Gamesplanet in der Videobeschreibung möchte ich einfach mal gucken ne ansonsten macht das gut euch noch einen schönen Tag Tschüssi